Ich begrüße Sie ganz herzlich im Schuhhaus Kaufmann. Ich bin Marina Kaufmann-Mölscher, sozusagen im Schuhkarton groß geworden und führe seit 30 Jahren zusammen mit meinem Mann und seit vier Jahren mit meinem Sohn unser Familienschuhhaus. Wir sind ein Familienunternehmen und demnächst 100 Jahre alt. Angefangen hat alles in Waldörn. Der Großvater meiner Frau hatte dann eine Schuhmacherei mit sieben oder acht Schuhmachern, einem Altgesellen. Aber weil er keine Zukunft in Waldörn sah, ist er 1923 nach Heilbronn gezogen. Wir sind ein Schuhhaus für die ganze Familie. Das heißt, wir bieten Damen, Herren und Kinderschuhe an. Wir legen besonderen Wert auf eine gute Bedienung. Deswegen haben alle unsere Kinderschuhverkäuferinnen auch ein WMS-Diplom. Um unsere Schuhe auszusuchen, besuchen wir viele Messen. Und die besondere Schwierigkeit dabei ist, ein halbes Jahr vorher schon vorherzusehen, was dann von den Kundinnen und Kunden gewünscht wird. Ja, das Schöne bei uns ist, dass all unsere Schuhe nicht nur in der Fleinerstraße bei uns im Geschäft angeboten werden, sondern dass der Kunde auch die Möglichkeit hat, jeden einzelnen Schuh bei uns im Internet anzusehen beziehungsweise auch zu kaufen. Mein aktueller Lieblingsschuh ist der Sneaker von KLS, weil Silber mir im Moment am besten gefällt. Und meine aktuelle Lieblingsmarke ist Flores Van Bommel, weil da immer etwas Besonderes dabei ist. Und ich bin mir sicher, dass wir auch Ihren Lieblingsschuh finden werden. Und ich bin mir sicher, dass wir auch die Schuh bei uns im Geschäft angeboten werden.